Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial den linkseitigen Hypothesentest anschauen. In den letzten Jahren haben sich immer wieder Kleinigkeiten beim Verlauf sowie Darstellung des Tests verändert, deshalb kriegt ihr hier eine aktuelle Fassung. Alternativlösungswege findet ihr dann, wenn bedarf, am Ende im Abspann. Für den Anfang ein paar kurze Beispiele für einseitige Hypothesentests. Kurz gesagt, was können wir denn alle so testen? Naja, wir können den Anteil der Wähler für einen bestimmten Parteienrahmen eine Umfrage testen oder der Anteil roter Gummibärchen einer Tüte, beziehungsweise ob ein Würfel gezinkt ist oder nicht oder die Zulassung von Medikamenten in der Pharmaindustrie. Bleiben wir jetzt doch gedanklich bei dem angenehmeren Beispiel, das heißt die Anzahl der roten Gummibärchen einer Tüte und in diesem Zusammenhang wollen wir uns erstmal klar machen, welche Parameter oder Größen für einen Hypothesentest überhaupt von Bedeutung sind. Als erstes wäre da der Stichprobenumfang, abgekürzt mit klein n. In diesem Zusammenhang würde das bedeuten, wie viele Gummibärchen befinden sich insgesamt in dieser Tüte. Als nächstes die Anfangswahrscheinlichkeit P0. Das ist zum Beispiel die Angabe des Herstellers zu dem Anteil der roten Gummibärchen der Tüte. Dann das Signifikanzniveau oder die sogenannte maximale Irrtungswahrscheinlichkeit, abgekürzt mit Alpha. Was genau dieser Signifikanzniveau aussagt, werden wir dann anhand unserer Beispielaufgabe sehen. Und natürlich müssen wir auch noch die Zufahrsvariable x richtig erkennen und definieren, das bedeutet x ist immer die Anzahl der Treffer. In diesem Zusammenhang wäre das die Anzahl der roten Gummibärchen. Und x ist im Extremfall binomial verteilt mit n und p. Auf diese besondere Formulierung gehe ich dann später noch ein bisschen genauer ein. Als nächstes ist es natürlich wichtig, die Nullhypothese H0 zu erkennen und richtig zu interpretieren. Und das kann man machen mit Hilfe der Anfangswahrscheinlichkeit P0. Beispielweise kann das Ganze so aussehen, H0 Doppelpunkt, P gleich P0. Aber es muss an dieser Stelle nicht unbedingt immer ein Gleichzeichen sein. Es kann auch mal höchstens oder mindestens sein. Oder eventuell kann die Nullhypothese schon vorgegeben sein. Und natürlich kann man dann mit Hilfe der H0 Hypothese auch die Alternativhypothese oder Gegenhypothese H1 aufstellen. Und hier kann sich die Sache allerdings ein bisschen verkomplizieren. Wir erinnern uns, es gibt zwei Arten von einseitigen Hypothesentests. Einmal den linkseitigen und einmal den rechtsseitigen Test. Und genau diese Entscheidung musst ihr bei den meisten Hypothesentests selbst treffen. Damit ist gemeint, in Bezug auf die Nullhypothese, hier mit P gleich P0 kann man zwei Alternativbehauptungen aufstellen. Einmal kann man behaupten, dass P kleiner ist als P0 oder alternativ, dass P größer ist als P0. Im ersten Fall, wenn P kleiner sein sollte als P0, handelt sich um einen linkseitigen Hypothesentest. Im zweiten Fall, wenn P größer wäre als P0, handelt sich um einen rechtsseitigen Test. Natürlich werden wir uns in diesem Tutorial nur mit dem linkseitigen Hypothesentest beschäftigen. Den rechtsseitigen Test findet ihr in einem anderen Tutorial am Ende im Abspann. Und ich glaube, alles wird ein bisschen besser verständlich, wenn wir eine Beispielaufgabe richten. Deshalb. Ein Hersteller von Gummibärchen behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Max macht eine Tüte mit 100 Gummibärchen auf und findet nur 16 rote. Er behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen geringer ist als 20%. Formuliere die Entscheidungsregel für die Nullhypothese und überprüfe, ob Max recht hat, wenn das Signifikanzniveau höchstens 5% betragen soll. Bitte an dieser Stelle auf Pause drücken und in aller Ruhe die Aufgabenstellung durchlesen und versuchen zu verstehen. Wir werden natürlich bei dieser Aufgabe genauso vorgehen wie vorher besprochen. Das heißt, in erster Reihe brauchen wir N, P0 und Alpha, unser Signifikanzniveau. Und dafür überfliegen wir nochmal kurz den Text und unterstreichen das, was wichtig ist. Also, ein Hersteller von Gummibärchen behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Also die Wahrscheinlichkeit für rote Gummibärchen beträgt 20%. Max macht eine Tüte mit 100 Gummibärchen auf, das ist die Gesamtanzahl der Gummibärchen, 100, und findet 16 rote. Mit Sicherheit wird diese Zahl auch noch eine Rolle spielen. Er behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen geringer ist als 20% und dann formuliert die Entscheidungsregel und bevor berechtet, wenn das Signifikanzniveau höchstens 5% betragen soll. Also, wir haben schon alles, was wichtig ist. N ist entsprechend 100. Dann haben wir natürlich für P0 0,2 oder 20% und Alpha beträgt 5% bzw. 0,05. Im zweiten Schritt müssen wir die Zufallsvariable X definieren. Also, wir haben ja vorher gesagt, X ist die Anzahl der Treffer. In diesem Zusammenhang ist es die Anzahl der roten Gummibärchen in einer Tüte. Und X ist im Extremfall binomial verteilt mit N gleich 100 und P gleich 0,2. Kleine Bemerkung an dieser Stelle. Man kann dieser eine letzte Satz auch ein bisschen anders formulieren. Man kann ja auch sagen, X ist bei wahrer Nullhypothese H0 binomial verteilt mit dem Parameter N und P. So schlagen es die meisten Lehrbücher vor. Allerdings habe ich jetzt die Schreibweise von der Musterlösung der Abiturprüfung bevorzugt und ich würde vorschlagen, haltet euch am besten daran. Natürlich wäre unser nächster Schritt dann die Nullhypothese bzw. die alternative Hypothese festzulegen. H0, die Nullhypothese liefert uns natürlich P0. Da steht ja ganz oben, wenn ein Hersteller behauptet, dass 20% der Gummibärchen rot sind. Das bedeutet H0 Doppelpunkt, P ist gleich 0,2. Um H1 aufzustellen, müssen wir ein bisschen weiterlesen. Und zwar in der dritten Zeile steht, dass Max behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen geringer ist als 20%. Dieser Wort geringer liefert uns dann der Ansatz für die H1 Hypothese. Das bedeutet, P ist kleiner als 0,2. Also haben wir einen linkseitigen Hypothesentest. Als nächstes müssen wir den Ablehnungs- bzw. Annahmebereich von H0 bestimmen. Dafür werde ich das Ganze ein bisschen grafisch veranschaulichen. Also, wir haben eine Binomialverteilung und zwar von 0 bis 100. Und der Umriss einer Binomialverteilung sieht ähnlich wie eine gausche Glocke aus, so wie die grüne Kurve hier dargestellt. Wobei die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit natürlich der Erwartungswert µ ist. Links vor diesem Erwartungswert gibt es bei dem linkseitigen Test eine Grenze, die diese Verteilung in zwei Bereiche aufteilt. Auf der linken Seite finden wir dann den sogenannten Ablehnungsbereich von H0 und auf der rechten Seite finden wir dann den Annahmebereich von H0. Nur mal so am Rande, beim linkseitigen Signifikanz-Test ist der Ablehnungsbereich immer auf der linken Seite und der Annahmebereich immer auf der rechten Seite. Das können wir dann anhand dieser Grenze aufallgemeinern. Wir können dann sagen, der Ablehnungsbereich von H0 läuft von 0 bis zu dieser Grenze G. Entsprechend wird dann der Annahmebereich von H0 von G plus 1 bis 100 laufen. Wieso G plus 1? Naja, diese zwei Bereiche dürfen sich nicht überschneiden, sonst gibt es Probleme mit der Entscheidungsregel. Und ich denke, spätestens jetzt ist es ja klar, um diese zwei Bereiche festzulegen, brauchen wir natürlich diese Grenze K. Und an dieser Stelle brauchen wir einen Ansatz, mit dem wir diese Grenze bestimmen können. Deshalb schauen wir uns nochmal kurz unsere Abbildung. Und zwar das einzige, was wir noch nicht benutzt haben bis jetzt aus der Aufgabenstellung war dieser Signifikanzniveau oder diese maximale Irrtungswahrscheinlichkeit. Diese Irrtungswahrscheinlichkeit, von dem wir reden, ist per Definition immer die Wahrscheinlichkeit für den Ablehnungsbereich. Das bedeutet, das hier wäre unser Ablehnungsbereich und der maximale Wert für diesen Ablehnungsbereich beträgt 5%. Aus dieser Tatsache können wir dann auch einen Ansatz bilden, mit dem wir sozusagen diese Grenze G bestimmen. Wir können dann sagen, P von X kleiner gleich G, also die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich hier von 0 bis G, darf höchstens 5% sein, also 0,05, weil die maximale Irrtungswahrscheinlichkeit höchstens 5% betragen muss. Und ab hier heißt es mit dem Taschenrechner einfach eine passende Grenze zu finden. Also, man bildet sowas wie eine Beweistabelle dafür, man kann auch die einzelnen Wahrscheinlichkeiten darunter schreiben, aber ich finde es so persönlich ein bisschen übersichtlicher. Also, wir suchen G und unser Ansatz lautet dann entsprechend P von X kleiner gleich G, soll höchstens 0,05 sein. Und dann die typischen Befehle in Taschenrechner lauten entweder Binomial CD beziehungsweise Binomial CDF oder bei den neueren Casio Taschenrechner heißt das Befehl kumulierte Binomialverteilung. Dann geht man in der Liste und tippt die passenden Werte ein. Naja, Stichwort passende Werte. Es gibt eine Menge Zahlen zwischen 0 und 100, die man eintippen könnte und so auf gut Glück wollen wir das Ganze nicht angehen. Deshalb orientieren wir uns noch ein letztes Mal an unserer Skizze. Wenn ihr auf die Skizze achtet, dann solltet ihr erkennen, dass die Grenze links vom Erwartungswert steht. Und das ist eigentlich eine sehr nützliche Sache. Die Formel für den Erwartungswert war immer µ ist gleich n mal p. Bezogen auf unsere Werte würde das heißen 100 mal 0,2 mal 20 Prozent sind entsprechend 20. Also wir wissen hier, dass beim Erwartungswert 20 sind. Und wenn die Grenze links davor steht, das bedeutet, das ist eine Zahl zwischen 0 und 20. Also können wir in dieser Liste im Taschenrechner einfach mal ein paar Zahlen, die kleiner sind als 20 eintippen. Ich habe mir jetzt für Zahlen zwischen 9 und 15 entschieden und daraus die passenden Werte rausgelesen. Entsprechend habe ich in dieser Liste für 13 die Wahrscheinlichkeit 0,0469 bestimmt. Und für 14 Treffer hatte ich die Wahrscheinlichkeit 0,0804. Und jetzt, wenn wir auf unser Ansatz schauen, dann finden wir sofort den richtigen Wert. Also die Wahrscheinlichkeit soll höchstens 5 Prozent betragen. Das bedeutet, dass es nur bei 13 erfüllt. Bei 14 werden wir übrigens schon knapp über 8 Prozent, also viel zu hoch. Spätestens jetzt können wir dann diesen Wert nehmen und oben in Ablehnungs- bzw. Annahmebereich einsetzen. Und damit haben wir diese Bereiche. Das einzige, was uns noch fehlt, ist nur noch eine Entscheidungsregel bzw. ein Antwortsatz. Und die Entscheidungsregel zuerst, bezogen auf den Ablehnungsbereich, kann man diesen Zusammenhang wie folgt formulieren. Wenn sich höchstens 13 rote Gummibärchen in der Tüte befinden, so wird die Nullhypothese abgelehnt, ansonsten kann sie nicht abgelehnt werden. Und diese Entscheidungsregel hilft uns dann auch die Fragestellung zu beantworten. Zur Erinnerung, Max hat in der Tüte 16 rote Gummibärchen gefunden und er meinte, dass es weniger sind als von Hersteller angegeben. Natürlich hatte er damit an dieser Stelle Unrecht. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich macht es in diesem Zusammenhang Sinn, wenn ihr euch noch den rechtsseitigen bzw. zweiseitigen Hypothesentest anschaut, sowie die Fehlerbetrachtung. Damit meine ich Fehler erster und zweiter Art beim Hypothesentest. Wenn Bedarf Tutorials dazu, sowie weitere Beispielaufgaben bezüglich Hypothesentests, findet ihr gleich im Abspann. Und wenn Euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.